Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Einige von euch werden das mitbekommen haben vor ein paar Wochen. Er ist ein Unternehmer aus Deutschland, der liebe Per. Ganz liebe Grüße gehen raus, ich darf ihn duzen. Er ist nämlich Abonnent hier, deswegen hat er mich auch per Twitter angeschrieben und diesen neuen Artikel hier, der in der Bild jetzt veröffentlicht wird, zugesendet. Die Gasrechnung frisst meinen Umsatz und das Ganze ist ja vor ein paar Wochen schon ziemlich eskaliert. Ich war jetzt so frei und habe ihn darum gebeten, mir mal wirklich ein paar Rechnungen zu schicken, damit wir was Handfestes haben, worüber wir uns enthalten können. Und zugleich gucken wir mal, was er glaubt, wie die Situation sich verändern wird, wie sie sich weiterentwickeln wird und wie er jetzt vorgeht. Weil ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz interessant. Und noch ein Feedback von ihm. Ihr in der Community habt nämlich beim letzten Video auch gesagt, man sollte jetzt vielleicht gucken, auf das Flüssiggas umzuwechseln. Dazu soll ich mich herzlich bei euch in seinem Namen bedanken. Das ist natürlich eine Möglichkeit, da muss natürlich wöchentlich einmal so einer vorbeikommen und er beliefert das. Sprich, da braucht man auch einen Tank für. Aber die Option hatte er gar nicht im Kopf. Und das ist das Schöne an diesem Kanal, wo wirklich die Weisheit der vielen einfach Einzug findet. Dementsprechend, wir gucken es uns an. Wir sehen hier einmal eine Rechnung vom Gas aus dem Jahr 2019 für den Zeitraum im Juli. Genau, 1.7. bis 31.7. Die lag bei 18.400 Euro. Jetzt hat er mir eine aktuelle Rechnung dazu gelegt. Die liegt, ist kein Druckfehler, Leute. Die liegt einfach bei 111.000 Euro. Das ist fast einfach 100.000 Euro mal mehr für den gleichen Zeitraum. Wir können es hier nochmal ganz genau sehen, vom 1.7. bis 31.7. Und da kommt ein Kostenapparat von 111.000 Euro. Und die Situation, was der Peer dazu sagt, die letzten zwei Jahre waren natürlich auch ziemlich hart, weil er hat viele Kunden, die zum Beispiel Hotels und Restaurants an der Ostsee haben. Da konnte man jetzt in den letzten Jahren auch nicht viel Geld zurücklegen, weil kein Tourismus stattgefunden hat. Das ist eine ganz, ganz heikle Situation. Aber er benötigt für seinen Wäschereidienst natürlich nicht nur Gas, sondern auch immens viel Strom. Und Strom im Jahr 2019 lag hier bei über 9.000 Euro. Und wenn wir uns das weiterhin angucken, das ist der Zeitraum dann hier oder der Verbrauch von 33.000 Kilowattstunden innerhalb von 31 Tagen, wie gesagt, 2019. Und wenn wir uns jetzt angucken, was er jetzt bezahlen soll, liegt das Ganze bei 16.000 Euro. Oder bezahlt hat, ist die Rechnung vom 33.07. bereits. Also das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Und wie wird er jetzt vorgehen? Und was hat er für Gedanken für die Zukunft? Da hat er jetzt dieses hier geschrieben. Moin Moin, wie besprochen im Anhang die Rechnung. Gas und auch Strom mit einer Vergleichsrechnung aus 2019. Warum 2019? Da aufgrund der Pandemie 20 und 21 weniger produziert wurde und es so besser vergleichbar ist. Hat er vollkommen recht. Natürlich waren die Kosten 2020 und 21 auch schon nicht mehr so wie davor einfach, 2019. Zur Lage. Wir gehen davon aus, dass im ersten Quartal der Gaspreis auf 61 Cent, 61 Cent, jetzt überlegt euch das mal, Arbeitspreis hochgeht. Denkt an die Unterlagen von meinem Bekannten, die ich euch gezeigt habe, wo es circa 5, 6 Cent sind, die normalerweise waren. Und er jetzt einen aktuellen Gaspreis bekommen hat mit Gasumlage und trotz dessen noch nicht gesenkter Mehrwertsteuer von 17, 18 Cent. Das wäre nochmal dreimal so viel. Das ist doch unvorstellbar. Aber jetzt kommt's. Das ist kein Bauchgefühl, sondern der Börsenpreis. Wenn du jetzt für das erste Quartal 2023 die Erdgas sichern willst, danach sollte eine Entspannung eintreten. Somit werden wir circa 800.000 Euro an Kapital per Kredit aufnehmen. Auch eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Kredit dafür aufzunehmen, um überhaupt weiterhin ja lieferfähig und produktionsfähig zu bleiben, zu bestehen. Wir arbeiten größtenteils nur vor Hotels und da war 2020, 2021 keine Mark zu verdienen und haben da schon Eigenkapital verbraucht. Genau das, was ich gerade sagte, das ist nur die logische Situation. Als die Urlaubszeit im April startete, haben wir schon extrem Energiepreise bekommen und somit können auch keine Rücklagen für den umsatzschwachen Winter gebildet werden. Da macht keiner Urlaub an der Ostsee. Und das ist die Realität. Da muss man ja sagen, ist es ein bisschen zu kalt, zu frisch, zu viel Wind, zu viel Regen. Da ist halt nicht so viel los wie im Sommer. Wir haben volle Auftragsbücher, besten Umsatz in der Firmengeschichte und stehen dank der Politik am Abgrund. Preise werden natürlich angepasst beim Kunden, aber Energiekosten war circa 10% des Umsatzes, jetzt 50%. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, Leute. Also ich, Per, ganz, ganz liebe Grüße, ich drücke alle Daumen, die ich habe. Hoffe, meine Community sieht das ähnlich. Bin ich mir aber auch ziemlich sicher, wenn ihr sonst noch irgendwelche Ideen, wie ihr zum Beispiel mit diesem Flüssiggas als Alternative für den Per habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon? Wie sollte er sich noch andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen, vorgehen? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten. Teilt dieses Video unbedingt, damit das publik wird. Bis zum nächsten und ciao.